Hallo, wir sind das Team von Umbaustadt, MLA Plus und Fugmannia Nordheim Partner und stellen das Projekt Mitte am Rand vor. Wir haben sehr viel Spaß hier bei der Bearbeitung gehabt und hoffen, dass wir hier alle mit unseren Ideen und Ausführungen zumindest Freude machen können und eine gute Lösungsmöglichkeit für das Entwicklungsgebiet aufzeigen. Als Folge der besonderen, von Brüchen gezeichneten Entwicklung des Berliner Nordostens hat sich zwischen der bis Weißensee reichenden, dichten gründerzeitlichen Bebauung und der von Norden in die Stadt hineinreichenden, märkischen Landschaft eine fragmentiert wirkende Stadtrandschaft aus alten Dorfkernen, urbanen Fragmenten, bislang wenig qualifizierten Grün- und Landschaftsbezügen sowie ausgreifenden Kleingärten und Einfamilienhausgebieten entwickelt. Unser Entwurf für den Blankenburger Süden begreift die daraus erwachsenden Kontraste als Chance- und Anknüpfungspunkt. Es geht gerade nicht darum, den Stadtrand zu homogenisieren. Vielmehr gilt es, die bestehenden Splitter selbstbewusst zu qualifizieren und mit einem gezielt platzierten, landschaftlich und infrastrukturell gut eingebundenen neuen urbanen Pol diesen heute fragmentiert wirkenden Raum neu zu strukturieren, fehlende urbane Angebote gerade im Kontrast zum Bestand zu ergänzen. In seiner Lage zwischen Panketal und Malchauer Auenlandschaft sowie Neuhoen-Schönhausen und der Pankauer Innenstadt bietet der neue Blankenburger Süden die idealen Voraussetzungen für eine entsprechende neue Mitte am Rand. Der neue Blankenburger Süden schafft grüne Verbindungen zwischen den bislang wenig qualifizierten Landschaftsräumen, Panketal- und Malchauer Auenlandschaft und den sich urbanisierenden ehemaligen Dorflagen Heinersdorf und Plankenburg. Bestehende und teilweise versteckte Grün- und Wasserläufe werden aufgegriffen und als grüne Bewegungsachsen inszeniert. Im Schnittpunkt der grünen Verbindungsachsen liegt die neue Mitte des neuen Stadtteils, die sich der Topografie folgend nach Südost zur Malchauer Auenlandschaft öffnet. Diese landschaftlichen Bezüge und Verknüpfungen definieren maßgeblich die Identität des neuen Stadtteils. Neben der bildhaft inszenierten landschaftlichen Einbindung greift der neue Blankenburger Süden bewusst in die Stadtstruktur der Umgebung eingeschriebene siedlungsgeschichtliche Spuren zur Inszenierung einer eigenständigen Identität auf. Neben den alten Ortskernen und Splittern einer fragmentierten Siedlungsgeschichte sind es hier vor allem überraschend geschwungene Wege und Straßenführungen, die den ansonsten eher unprätentiösen Landschafts- und Siedlungsraum prägen. Diese Fragmente einer gründerzeitlichen, nie vollendeten urbanen Vorstadtvision werden im Entwurf des neuen Blankenburger Südens spielerisch und modern interpretiert weitergeführt. Der neue zentrale Schwung legt sich dabei selbstbewusst als identitäts- und orientierungsbildende zentrale Quartiers- und Verteilerstraße um die zur Landschaft geöffnete neue Mitte. Der neue Blankenburger Süden verknüpft im Umfeld be- oder entstehende urbane Fragmente wie die alten Dörfer Malchow, Blankenburg und Heinersdorf sowie sich in den kommenden Jahren urbanisierende S-Bahn-Knoten und bildet deren neue Mitte. Neben sorgfältig inszenierten urbanen Schnittflächen nach Heinersdorf und Blankenburg definieren dabei vor allem die in den kommenden Jahren entstehenden übergeordneten Verkehrsachsen die zentralen Schnitt- und Verknüpfungspunkte des neuen Stadtteils mit seiner Umgebung. Die neue Tramlinie M2 zwischen Heinersdorf und S-Bahnhof Blankenburg bildet das zentrale Rückgrat und die fußgänger- und fahrerorientierte Lebensachse des neuen Blankenburger Südens. In der zentralen neuen Mitte ist das Rückgrat völlig autofrei. Rückgrat und neue Mitte werden ganz bewusst nicht mit der erforderlichen neuen Ost-West-Hauptverkehrsachse der Verkehrserschließung Blankenburg verschlitten. Diese muss von den vorgegebenen Verknüpfungspunkten an Blankenburger Pflasterweg und Heinersdorfer Straße quer durch den neuen Blankenburger Süden geführt werden. Während Rückgrat und Mitte so fußgänger- und fahrradfahrerorientierte öffentliche Räume mit hoher Aufenthaltsqualität werden können, wird die neue Ost-West-Verbindung der Verkehrserschließung Blankenburg bewusst als urbane Magistrale um das Zentrum und die Wohnquartiere herumgeleitet und bildet die neue Mitte der hier angeordneten urbanen Gewerbegebiete. Soviel erstmal zu Idee und Prämissen des neuen Stadtteils. Schauen wir uns nun die tatsächliche städtebauliche Ausformung und die Identität der neuen Mitte am Rand genauer an. Eine selbstbewusste urbane Setzung, aber auch eine sinnfällige Einbindung in die umgebenden Landschaftsräume und urbanen Fragmente ist wie beschrieben ein zentrales Anliegen unseres Entwurfs. Am Nordrand unseres Gebietes gilt es den Übergang nach Blankenburg auszuformulieren, das heute noch den Charakter des typischen Angerdorfes umgeben primär von kleinteiligen Einfamilienhausgebieten zeigt. Gefordert ist hier also ein sensibler kleinteiliger Übergang. Gleichzeitig muss der Plankenburger Pflasterweg neu geführt werden, dessen Kreuzungen heute schon zu Konflikten führen. Man sieht hier, wie versucht wird, diesen kleinteiligen Übergang zu schaffen, wie wir aber vor allen Dingen versuchen, um den Fließgraben herum einen landschaftlichen Übergang zu formulieren, Schulstandorte zu integrieren, auch mit einem neuen kleinen Schulstandort hier am Auftakt des Quartiers, mit einem kleinen Quartiersplatz, der sich zu diesem Grünraum öffnet. In der Gesamtschau sieht man, wie auch der Pflasterweg neu geführt wird, in die Verkehrserschließung Plankenburg überführt wird und wie der Übergang gelingt zwischen der kleinteiligen Bebauung Plankenburgs und dem urbanen Herz der neuen Mitte am Rand. Wenn wir jetzt ganz langsam quer durch unser Gebiet nach Süden fahren, sehen wir, dass hier der Übergang nach Heinersdorf völlig andere Herausforderungen mit sich bringt. Heinersdorf selbst zeigt auch noch Strukturen eines alten, mittelalterlichen Ortskerns, hat sich aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend urbanisiert, wurde sogar in der Gründerzeit schon als urbaner Standort gedacht und ist deswegen heute ein deutlicher urbaner Pol in diesem Umfeld, auf den der neue Plankenburger Süden reagiert. Vor allem befindet sich hier mit dem Gewerbegebiet Heinersdorf bereits eine massive urbane Setzung, sowie mit dem wertvollen Biotopverbund um den Schnöckfühlgraben ein hochwertiger Landschaftsraum, den es je zu qualifizieren und in den Entwurf zu integrieren gilt. Man sieht hier das weiterentwickelte Gewerbegebiet mit einem kräftigen Tor des neuen Stadtteils nach Heinersdorf und dem sich von hier öffnenden zentralen Rückgrat des Blankenburger Südens im Verlauf der neuen Tram. Nördlich davon der zu integrierende neue Standort des Bahnbetriebswerks, südlich eine sich mit Höfen zur bestehenden, aufzuwertenden Biotoplandschaft öffnende Wohnbebauung. Dreh- und Angelpunkt des südlichen Bereichs ist ein kleiner Quartiersplatz an der Tramhaltestelle, der den Übergang zum Landschaftsraum und dem möglichen neuen Schulstandort im Grünen an dieser markanten Stelle inszeniert. Die Kamera fährt langsam entlang des zentralen, Radfahrer- und Straßenbahnbasierten Rückgrats in die neue Mitte, die das zentrale Herz des neuen Blankenburger Südens bildet. Während der noch nötige Quartiersverkehr im sanften Schwung um die Mitte geführt wird, treffen sich in der zentralen Mitte alle wichtigen fußläufigen Wege und grünen in die Landschaft und die umgebenden Stadträume überführenden Achsen. Von hier öffnet sich der Blick nach Südost zur Blankenburger Freiheit und zur Malchauer Auenlandschaft. Um den mit einem für Wasserhaushalt, Quartiersklima, aber auch Aufenthaltsqualität wichtigen Wasserbecken markierten zentralen Platz gruppieren sich die wichtigsten Funktionen und Angebote wie Stadtteilhaus, Schulen, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Nicht nur für das Quartier, sondern für den ganzen fragmentierten Siedlungsbereich zwischen Blankenburg, Heinersdorf und Malchau, dessen neue Mitte am Rand der Blankenburger Süden bildet. Gemeinsam schauen wir uns jetzt den Entwurf zum Blankenburger Süden aus der freiräumlichen Sicht an. Der Freiraum ist der gemeinsame Nenner oder die Klammer der geplanten Quartiere und bildet deren stadträumliche Adresse. Gleichzeitig ermöglicht er passende Übergänge zwischen den neuen und alten Nachbarschaften. Die Landschaft im Blankenburger Süden ist geprägt von markanten und zum Teil historischen Grünstrukturen. Der Großteil des Betrachtungsgebietes besteht aus den Ackerflächen des ehemaligen Rieselfeldes. Die Wege, die das Feld queren, sind gesäumt von alten Obstbäumen. Gräben transportieren das Wasser durch die leicht hügelige Landschaft in Richtung Panke. Im südlichen Teil des Gebiets findet man jüngere Wälder und ausgedehnte Hochstaudenfluren. Bei einigen handelt es sich um geschützte Biotope und vor allem schützenswerte Strukturen. Unser Bestreben war es, diese Blankenburger Relikte als Grundlage für unsere Planung aufzugreifen und im Zusammenspiel mit dem Quartier auf eine neue Art zu inszenieren. Der Blankenburger Süden schafft über seine Freiräume grüne Verknüpfungen, also Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den hochwertigen Landschaftsräumen, dem Panketal im Westen und der Malchauer Aue im Osten, sowie zwischen Heinersdorf und Blankenburg. Im Schnittpunkt dieser Verbindungsachsen liegt die neue Mitte des Stadtteils, die sich nach Südosten hin zur Malchauer Auenlandschaft öffnet und damit die umgebende Landschaft im Quartier selbst erlebbar macht. Diese landschaftlichen Bezüge und Verknüpfungen definieren maßgeblich die Identität des neuen Stadtteils. Aufgrund der flächensparenden baulichen Figur ergeben sich großzügige und prägnante öffentliche Grün- und Freiräume. Diese liegen zum größten Teil in den äußeren Lagen und dienen somit den neuen und alten Bewohnern der Ortsteile Blankenburg und Heinersdorf als Treffpunkte, Kommunikationsorte, sowie als Orte für Erholung, Spiel und Bewegung. Die Bausteine der Landschaft setzen sich zusammen aus Freiräumen mit unterschiedlichen Qualitäten und Atmosphären. Da werden zum einen die bestehenden Biotop- und Waldflächen im Süden, die als naturnahe Stadtwald mit wenigen Wegen und einer behutsamen Nutzung, beispielsweise mit Naturerfahrungsräumen, eine leichte Veränderung erfahren. Zum anderen ist da der Parkgürtel mit seinen Gärten sowie Spiel- und Bewegungsangeboten. Hier sind außerdem Garteninseln in eine offene Parkgestaltung integriert und ermöglichen es, den Bewohnern gemeinschaftlich zu gärtnen. Das Herzstück der Freianlagen ist die Blankenburger Freiheit. Der große Landschaftspark, der an die neue Mitte angelagert ist und sich der Topografie folgend bis hin zum markanten Hochpunkt im Osten zieht. Er wird mit einer weithin sichtbaren Landmarke, etwa einem Aussichtsturm, betont. Gehen wir nun einmal die verschiedenen Stadträume durch. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie M2 erfolgt über die zentrale Achse von Süden nach Norden. Das Rückgrat, wie wir es nennen, ist die Lebensader des Quartiers. Von hier aus fährt man mit der Tram zur Arbeit. Hier kommt man abends wieder an und hat die Möglichkeit zu flanieren und einkaufen zu gehen. Unser Prinzip der Regenwasserentwässerung der Straßen, Wege sowie Dächer wird hier einmal deutlich gemacht. Das Regenwasser wird erst einmal auf begrünten Dächern zurückgehalten und verzögert ins Cistern unter den Höfen abgeleitet, wo es dann direkt genutzt oder versickert wird. Überschüssiges Wasser wird dann entweder ober- oder unterirdisch in die Gräben oder künstlichen Gewässer im Quartier geführt. Dieser Umgang mit dem Regenwasser trägt wesentlich zum angenehmen Klima des neuen Quartiers bei und dient der Kühlung der Stadt. Der Grünzug im Inneren des Quartiers hat neben der übergeordneten Funktion der Verknüpfung von Ost nach West auch einen starken Fokus auf die Spiel- und Bewegungsangebote für die Bewohner. Hier können die ganz Jungen, genauso wie die älteren Blankenburger, in ruhiger und geschützter Umgebung spielen und sich fit halten. Der angegliederte Wasserverlauf ist ebenso ein wichtiger Parameter für ein angenehmes Mikroklima. Die charakteristische Ringstraße hat verkehrlich die Funktion einer Sammelstraße. Hier wird der laufende Verkehr durch das Quartier geführt und der ruhende Verkehr konzentriert. Die Bewohner erreichen über die Ringstraße die Quartiersgaragen oder die wenigen Stellplätze im öffentlichen Raum. Somit werden die inneren Bereiche des Quartiers, also innerhalb des Kreises, weitestgehend autofreuen. Als ein besonderes Element der bestehenden Landschaftsstrukturen werden die alten Obstbaumalleen für den Fuß- und Radverkehr ausgebaut und sollen über Fassadenbegrünungen und extensive Wiesen und Wasserläufe die Biodiversität im Quartier fördern. Die neue Mitte des Quartiers. Der große zentrale Platz mit seinen Sichtbeziehungen in die Landschaft ist der Mittelpunkt des Quartierslebens. Mit dem großen Wasserbecken kann man hier eine große Aufenthaltsqualität genießen, während man direkt am Wasser sitzt oder in einem der Restaurants den Abend ausklingen lässt. Die stark frequentierten öffentlichen und gewerblichen Nutzungen wurden bewusst hier konzentriert, um als neue Mitte Blankenburgs weit über das Quartier hinaus einen Mehrwert zu schaffen. Der neue Blankenburger Süden erfüllt mit über 10 Hektar großen Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Heinersdorf und bis zu 30 Hektar bestens erschlossene Gewerbeflächen im Verlauf der neuen VEB die Vorgaben der Auslobe. Die Struktur des neuen Stadtteils schafft durch wenig determinierte Blockbildungen die Voraussetzung für gemischte urbane Quartiere. Die Schnittflächen zwischen den Nutzungszonen werden als urbane Nahtstellen mit dem Übergang definierenden Nutzungen, wie zum Beispiel Büro-, Sonderwohnformen wie Hotels oder Studierendenwohnungen, Gestalt. Die Wohnquartiere orientieren sich im sich zur Landschaft öffnenden, nicht vom Durchgangsverkehr belasteten inneren Bereich des Ries. Wohnquartiere am Nordrand und im ehemaligen Gewerbegebiet Heinersdorf schaffen einen attraktiven Übergang zu den bestehenden Wohnlagen in Heinersdorf und Blankenburg. Alle Einkaufs- und Infrastrukturangebote konzentrieren sich am zentralen Rückgrat und an den sich zur Landschaft öffnenden Quartiersmitteln. Die neben dem vorgegebenen Standort an der Heinersdorfer Straße auch bestens geeignete Schulstandorte sind. Im Folgenden widmen wir uns dem Thema der Mobilität. Der Anschluss des neuen Stadtteils an das übergeordnete Verkehrsnetz erfolgt über zwei Ebenen. Zum einen schafft die Verlängerung der Straßenbahnlinie M2 von Heinersdorf über den Blankenburger Süden in Richtung S-Bahnhof Blankenburg die Anbindung an das Berliner Rücken-V-Netz. Vier zentrale Tramhaltestellen sorgen dafür, dass die Straßenbahn von jedem Ort des neuen Quartiers zu Fuß in maximal fünf Minuten erreicht werden kann. Zum anderen führt die neu geplante Verkehrserschließung Blankenburg, kurz VEB, durch das Gebiet, entlastet die stark befahrene Heinersdorfer Straße und erleichtert die Zufahrt auf die A114 und in Richtung Malchow. Der neue Ring knüpft als zentrale Quartiers- und Sammelstraße des Blankenburger Südens an diese übergeordneten Planung an, umgibt die Mitte des neuen Stadtteils und verläuft dann als eine Art Rückgrat, Tram begleitend in Nord-Süd-Richtung und schafft die Anbindung an die beiden Dorfkerne Heinersdorf und Blankenburg. Als Fuß- und Radfahrerfreundliche grüne Alleen und durchweg als Tempo-30-Zonen gestaltet, verhindert die neue Haupterschließung zudem Durchgangsverkehre. Darüber hinaus sichert ein Netz von verkehrsberuhigten Anliegerstraßen, weitestgehend als Mischverkehrszonen gestaltet, die direkte Erreichbarkeit aller Parzellen für Anlieferungen, Feuerwehr oder Müllfahrzeuge. Privates Parken und Sharing-Angebote hingegen werden an verkehrsgünstigen und wohnungsnahen Orten an VEB, Regen und Rückgrat in sogenannten Mobility Hubs konzentriert, die ebenso Umsteigepunkt sind, um auf das Fahrrad oder den ÖPNV zurückzugreifen. Ziel ist es, den ruhenden Verkehr aus dem öffentlichen Raum weitestgehend fernzuhalten und den neuen Stadtteil für Fußgänger und Radfahrer attraktiv zu gestalten. Die zentrale Mitte des Blankenburger Südens ist komplett autofrei gestaltet und durch die Tram erreichbar. Das Netz grüner Fahrrad- und Fußwege findet hier ihren Schnitt- und Mittelpunkt und schafft die Verbindung zu den neuen Freiräumen des Blankenburger Südens, dem neuen Wahrzeichen Blankenburger Freiheit, sowie zu den umliegenden Siedlungs- und Landschaftsräumen wie Panketal und Malchower Auenlandschaft. So, wir haben jetzt alles gesagt und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und alle haben jetzt eine Vision des Blankenburger Südens vor Augen. Danke! Vielen Dank!